Ein Toilettenwaschraum mit Waschbecken, Spiegel und einer jungen Frau, die sich schminkt. Aber der Spiegel ist kein Spiegel, sondern eine Glasscheibe. Hinter der Glasscheibe gibt's den gleichen Waschraum nochmal, Spiegel verkehrt natürlich. Und die junge Dame, die Sie hier sehen, das ist nicht eine junge Dame, sondern ein Zwillingspaar. Mit einer Schwester hinter der Scheibe und einer davor. Das ist ja seltsam. Sehen Sie mich im Spiegel? Also ich kann Sie sehen. Ich Sie auch, aber... Das ist ja cool. Sie selber sehen Sie aber nicht? Doch. Aber ich sehe mich da nicht. Wohl zu viel Radblage sehe ich. Jetzt gehen Sie mal da hin und gucken Sie. Ich gucke mal da. Ich sehe Sie, aber mich nicht. Und jetzt sehen nur Sie und ich nicht. Also ich kann Sie sehen. Ja, ich sehe auch. Jetzt möchte ich jetzt wissen, was das ist. Ich sehe hier auch das, aber... Achso, die Hand ist nicht zu sehen. Die ist nur von Frau Wanne. Das ist... Stehen Sie mal da hinten. Nein, mich sehe ich nicht. Weiß ich nicht. Ja, was ist das denn? Was ist das denn für eine dronische Scheibe? Tatsächlich, Sie müssen Sie nicht sehen, wenn Sie es sehen. Aber ich bin nicht plötzlich unsichtbar. Also was ist los? Entschuldigen Sie, wie spät ist das? Ich bin in der vier. Danke. Danke. Haben Sie ein Problem? Was ist denn das mit dem Spieß? Also ich kann Sie sehen. Ich mich nicht. Kann ich auch nichts dafür. Das ist ja einbeleidig. Sie sehen Sie? Ja. Ich? Nein, Sie auch nicht. Entschuldigen Sie, wie spät ist das? Ich bin in der Uhr, in der Uhr. Spricht ist kaputt. Gegen vier, kurz nach vier. Danke. Ich verspiegel mich verarschen. Haben Sie ein Problem? Ich bin ziemlich im Spiegel nicht. Ich kann nicht ahnen, wo ich es war früher. Erzählt mich leicht. Tolle Anmache, wirklich. Erzählt mich leicht. Anna, Entschuldigung. Sehen Sie mich im Spiegel? Ja. Ich sehe mich da nicht. Ganz einfach. Das ist keine Ahnung. Wahrscheinlich sind Sie ein Vampir. Nicht. Das ist doch los, um Spiegel zu tun. Was ist denn das mit dem Spiegel? Was ist denn das mit dem Spiegel? Nein, das ist noch nicht. Nein. Hallo. Das habe ich aber noch nicht erlebt. Das ist ein Ding. Ich bin unsichtbar. Auch nicht schön. Können Sie sich sehen? Nein. Wie fühl ich sich? Ja. Ich sehe mich nicht. Jetzt sind Sie wieder weg. Ich würde direkt mal gucken, wenn jemand anders reinkommt, ob das auch so ist. Jetzt sehe ich Sie wieder. Das Ding, ne? Ich komme von einem anderen Stern, glaube ich. Das ist mir zwar noch nicht bewusst, aber irgendwas stimmt da nicht. Das fass ich nicht. Nehmen Sie noch mal die Brille runter. Wieder nicht? Jetzt sehe ich mir noch den Mantel. Stellen Sie sich mal hier, ob ich da hier habe. Das kann man auch nicht angehen. Immer zu wem. Das habe ich noch nicht erlebt. Ja. Das ist mir so witzig. Ja. Kommt die noch mal zurück? Da ist es nicht. Oder ist das erst? Da ist es. Hier 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 ist es. Vielen Dank.